Hallo und herzlich willkommen zu AfD Persönlich. Unser heutiger Gast ist der Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun. Herzlich willkommen. Ja, danke Frau Kahn. Ich freue mich hier zu sein. Herr Braun, Sie sind Mitglied der AfD seit 2013, also quasi Mitglied der ersten Stunde. Was hat Sie denn damals zur AfD getrieben? Ja, ein allgemeines Unwohlsein. Es gibt ja so humoristische Filme, wo dann jemand sagt, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das war so nicht mit meinem Leben und nicht mit meiner Familie, sondern mit Deutschland. Unser schönes Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr abgerutscht. Man könnte sagen, in den 90ern haben wir einen sehr schönen Zustand erreicht gehabt mit der Einheit Deutschlands, Freiheit für alle Deutschen. Und dann ist es so nach und nach kritischer geworden. Und da ich als Verantwortlicher in den Medien gearbeitet habe, im Fernsehen, merkt man manche Sachen zuerst dort. Zum Beispiel Political Correctness. Ich habe schon Mitte der 90er Probleme gehabt, bestimmte Themen durchzusetzen, die eigentlich wichtig sind und die gemacht werden müssten. Und die dann einfach aber nicht so kamen in Fernsehsendern, in anderen großen Medien, im Radio, weil es schon damals nicht opportun war. Das heißt, das, was wir heute so feststellen, das hat sich im Grunde genommen jetzt über 25 Jahre nach und nach aufgebaut. Und da musste mal darauf reagiert werden, dass man seine Meinung wieder sagen kann, dass man unterschiedliche Meinungen sagen kann. Das war für mich ein ganz großer Impetus, ganz großer Gedanke bei der AfD. Und dann, dass ich festgestellt habe, es sind eine Vielzahl sehr vernünftiger Bürger dabei, die eben einfach nicht diesem Klischee entsprechen des Rechten, des bösen Rechten, sondern konservative, konservativ-liberale, national-liberale, national-konservative unterschiedlicher Prägung. Das fand ich gerade bei mir in der Stuttgarter Gegend sehr beeindruckend, da im Rems-Mohr-Kreis, wenn wir da alles so hatten und haben. Und da habe ich gesagt, da passe ich ja gut dazu. Das ist ja schon die ersten Berichte, die habe ich abgewartet. Und die wurden dann immer negativer. Und da habe ich mir gesagt, nee, jetzt gehe ich mal selber hin, gucke mir das mal an. Sie haben es ja auch gerade gesagt, Sie kommen aus dem journalistischen Bereich. Sie sind ja eigentlich von Haus aus Jurist, haben aber auch an verschiedenen Hochschulen über Journalismus, Cross-Media gelehrt. Wie war denn damals gerade in der Diskussion mit den Studenten so, ja, haben Sie das schon so wahrgenommen, dass da doch eigene politische Elemente mit einfließen in die doch eigentlich eher neutrale journalistische Arbeit, so wie es eigentlich sein sollte? Ja, ich habe natürlich gemerkt, dass die Journalisten, dass die Studenten sehr unterschiedlich sind, die in Richtung Journalismus gehen. Es war aber vieles, sage ich mal, doch dominant noch eher unpolitisch bei den meisten, was ja auch nicht verkehrt ist. Sondern die wollten handwerklich gut arbeiten, wollten gute Ergebnisse erzielen. Aber es ist sicherlich so, das hat sich auch bei den Volontären jetzt von ARD und ZDF deutlich verschlechtert in den letzten Jahren, dass da die Neugier vielfach fehlt, dass da das Interesse für unterschiedliche Meinungen fehlt und dass eben so eine missionarische linksgrüne Haltung dominiert. Das war jetzt mit den Studenten an den Hochschulen, wo ich gelehrt habe, weniger der Fall. Sondern das waren häufig sehr angenehme junge Menschen, die einfach neugierig auf die Welt waren, wie sich das eigentlich für einen Journalisten gehören sollte. Aber es ist in der Tat so, dass die Medien schon länger links geprägt sind. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man einfach, ich sage mal, mit anderen Berufen, die Ingenieure, die Landwirte, die Handwerksmeister, das sind eher so die bodenständigen Berufe, da träumt man weniger. Und die Haltung so, ich mache mal irgendwas mit Medien, die Harald Schmidt schon vor über 20 Jahren karikiert hat, die ist natürlich bei manchen Leuten ausgeprägt. Und die sehen das nicht als Profession an, ich bringe jetzt die Wirklichkeit mit unterschiedlichen Ansichten. Ich versuche, die Wirklichkeit zu zeigen. Ich kann sie natürlich als Journalist nie genau zeigen, aber ich versuche es und bringe Pro und Contra zu den umstrittenen Fragen, um das wenigstens abzudecken in irgendeiner seriösen Form, wie es eigentlich sein müsste. Nicht die Ausgewogenheit, sondern nein, ich will die Welt verändern in dem Sinne, dass ich weiß eigentlich schon alles. Ich bin zwar 18 Jahre alt, 21 Jahre alt, habe eigentlich nichts mitgekriegt, außer Berlin-Prenzlauer Berg und München-Schwabing und versuche jetzt mal allen zu erklären, wie doof sie sind, den anderen Menschen. Das ist natürlich eine unerträgliche Grundhaltung. Die kommt langsam immer stärker gefördert von der Politik, gefördert von den großen Sendern. Und die war zum Glück in meiner Hauptzeit und in meiner Ausbildungszeit noch nicht so stark. Sie sind ja selbst noch Mitglied im Deutschen Journalistenbund. Könnten Sie sich vorstellen, in der Zukunft noch weiterhin journalistisch tätig zu bleiben? Ja, ich bin der Meinung, wenn man Journalist mal war und das richtig gelebt hat, dann bleibt man es eigentlich ein Leben lang, weil dann hat man auch so die Berufskrankheit. Meine Frau hat, und meine Kinder erst recht, haben manchmal so vor Jahren gesagt, mit dir kann man gar nicht Fernsehen gucken, Papa. Das geht gar nicht. Weil ich dann sofort irgendwelche Sachen, und das ist jetzt nicht ordentlich, und warum kommt die Meinung jetzt nicht zu Wort? Und warum ist das so komisch geschnitten? Und der Schnitt ist jetzt parteiisch. Das müsste jetzt in der Nachrichtensendung ganz anders laufen. Das ist dann Berufskrankheit, dass man dann eben bestimmte Sachen so sieht. Aber die Grundhaltung, nicht? Und deswegen ist es ja auch so, Sie werden in den Medien kein negatives Zitat von mir finden. Das ist der Punkt. Ich bin jetzt acht Jahre in der AfD. Sie werden kein Zitat finden, das irgendein Journalist skandalisieren könnte. Es ist komplett auf dem Boden des Grundsatzprogramms der AfD, ja. Es ist häufig sehr offensiv, was ich sage. Ich versuche auch Sachen deutlich zuzuspitzen, klare unsere Überzeugungen rüberzubringen, rüberzubringen, meine Überzeugungen rüberzubringen. Aber die werden kein Zitat finden von mir, was die gegen mich drehen können. Und weil ich eben weiß, wie die Sachen umgedreht werden, sobald man ein falsches Wort benutzt in dem Zusammenhang. Und ich halte das für wichtig, dass wir auch diszipliniert sind. Bei aller Offensive, bei aller auch nötigen Form des Angriffs gegenüber den politischen Gegnern. Das muss immer sein. Aber wir dürfen es denen nicht so leicht machen, dass wir denen da irgendwas raushauen, was die dann wieder gegen uns drehen können. Und wir kommen inhaltlich gar nicht mehr rüber. Sie sind ja im Deutschen Bundestag ja auch im Ausschuss für humanitäre Hilfe und Menschenrechte tätig. Wieso haben Sie sich denn gerade für diesen Ausschuss entschieden? Ich könnte jetzt sagen, weil ich der Meinung war, für die anderen Ausschüsse gab es schon so gute Experten bei uns. Das wäre ehrlich. Und da ist auch was dran. Da haben Sie vollkommen recht. Da ist was dran. Wir haben richtig tolle Leute. Denken Sie an leitenden Oberstaatsanwalt Roman Reusch bei Recht oder viele, viele andere, die wir da haben. Wir haben tolle Offiziere im Verteidigungsausschuss. Das ist grandios, wenn wir da alles bieten können. Das sind also Felder, die mich auch interessieren würden. Aber ich habe gesagt, da sind ja so tolle Leute schon da. Da muss ich nicht hin. Und Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Das sind Felder, da habe ich mich schon als Schüler und Student drum gekümmert. Ich habe mich unbeliebt gemacht. Zeit meines Lebens im Grunde genommen. Damals bei linken Lehrern, die es auch damals ja schon gab. Ende 70er, Anfang 80er und dann nachher an der Uni hier in Berlin als Student, dass ich für die Menschenrechte für alle Deutschen eingetreten bin. Das war ja witzigerweise übrigens mal ein CDU-Slogan. Heute glaubt das keiner mehr, was die CDU in 70er, 80ern verbreitet hat. Und Menschenrechte für alle Deutschen, das hieß für mich, das hieß für mich, war da engagiert, dass die Mauer fällt. Dass die Menschen frei reisen können, dass die Menschen ihre Meinung sagen können. Ich habe viele, viele gekannt, obwohl ich ja nun aus dem Westen stamme, viele, viele gekannt, die ausgereist sind, die in Haft gewesen sind. Und da habe ich immer gesagt, warum wird darüber nicht berichtet? Warum kommt das kaum? Warum gewöhnt man sich an die Mauer? Ich gewöhne mich nicht daran. Und zum Glück ist sie dann ja auch gefallen. Das ist, in den 80ern sind sie belächelt worden vielfach von Leuten, die Mauer wird noch ewig stehen. Was willst du eigentlich? Das ist doch der Frieden durch die Mauer, dass da Leute erschossen werden, die von Deutschland nach Deutschland wollen. Und sowas wollte ich mich nicht gewöhnen. Und ich habe mich mit dem Thema Menschenrecht dann auch im Studium beschäftigt und war dann nicht nur ehrenamtlich engagiert. Ich habe im Examen dann auch Völkerrecht und Europarecht gemacht, im juristischen Staatsexamen. Ich könnte mich so mit Völkerrechtler nennen. Nicht wie andere. Ich könnte das, aber ich tue es nicht, obwohl ich examiniert bin in dem Bereich, weil ich immer der Meinung bin, nein, Völkerrechtler sind die, die das lehren, das Fach. Die wenigen, die das Fach lehren, Juristen sind und eben auch veröffentlichen zu dem Thema. Und eine Frau Baerbock oder so, die behauptet das einfach von sich. Sie sei Völkerrechtlerin, obwohl sie nichts damit zu tun hat. Das stimmt. Ich stapel lieber ein bisschen tiefer. Wechseln wir mal das Thema ein bisschen zum Bundestagswahlkampf. Worauf freuen Sie sich denn schon am meisten? Ich freue mich am meisten auf erstens wieder normale Veranstaltungen mit normalen Bürgern. Denn das ist das Wichtigste. Und wir haben ja sehr als AfD nicht drunter gelitten, dass wir keine normalen Veranstaltungen mehr machen können. Denn wir als Alternative für Deutschland sind besonders gut mit unseren Politikern, wenn die Bürger sie erleben können. Unverfälscht durch die mediale Berichterstattung. Wenn die Menschen die Chance haben, uns zu erleben in irgendeiner Form, dann haben wir immer gute Karten. Das ist das eine. Das andere, Infostände, ist die zweite Variante. Auf der Straße den Kontakt mit den Bürgern suchen, dass die Leute, auch wenn sie manchmal nur vorbeigehen, aber sehen, das sind ja ganz normale Menschen da von der AfD. Die sind ja gar nicht so, wie das immer in der Zeitung steht oder wie das die Medien behaupten. Denn diese Kontakte mit den Bürgern, die dürfen wir nicht unterschätzen. Wenn wir am Rande eines Marktes in den Städten, wenn wir irgendwo in den Innenstädten stehen und präsent sind, das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Gespräch mit dem Bürger, das ist für mich unglaublich wichtig, dass wir da merken, nicht nur, dass die uns loben, sondern auch, dass man mal hört, darum müsstet ihr euch noch kümmern, das müsst ihr noch machen. Das ist, das finde ich, das ist das, was am meisten Spaß macht im Wahlkampf. Das war ein schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen, Herr Braun, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im Wahlkampf. Dann danke ich Ihnen, Herr Braun, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünschen Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünschen Ihnen, die Zeit genommen haben. Untertitelung des ZDF, 2020